Wo ist der Oli, du hast Amy belästigt? Weißt du was das bedeutet? Der Golddard wird dich töten! Weißt du was das bedeutet? Jo Oli, was ist los mit dir du Bastard mit der Kamera? Was hast du mit der Amy gemacht? Rate mal, du hast dich sexuell belästigt! Offenballer Mann! Ich werd' dich so hotboxen, bis du fliegst nach Panama! Amy ist zwölf, hast du denn keine Ehre? Oder nein, es ist ein Komplex einer gescheiterten Ehe! Wenn ich den sehen muss, ich Reflexe und die Kotze Im Konten des Rotze, Mensch, hinkt ne Fotze! Ah Jo Oli, hab dich 2017 bei Berlin getroffen! Etwa ohne zu übertreiben, ich hätte auf dich geschossen! Und dein größtes Problem Oli, ist nicht nur dein Schwanz! Wir hätten so ein bisschen, wenn wir den jährigen Finkern! Wir Apportationjack und myself haben nicht so hart gepackt! Man lässt uns schwarzen 50 Meter durchmesternd in dem Dumpdrack! Ich will dich nicht nur dissen, ich will, dass du ehrenlos am Buzzer stirbst! Aber ich würd mich auch freuen, wenn man dich in den Knast reinwirft! Arschfick! Ein Gefühl von deep inside! Ein Gefühl von deep inside! Ein Gefühl von victory und euphoria! Ein Gefühl von victory und euphoria! Da quirotheid. Wenn du dich erf safety ausf ang民ennhaft gewinnen ist, Je sei nicht nur sein, die Feuer sein ist se brother. Joli, das sollte wieder anfangen. Haha, ich bin Goldnerz. Der Typ, der Rap-Karrieren vernichtet hat und zweimal Platin gegangen ist, ja? Der Typ hat dich jetzt zerstört. Leute, gehen nicht hin. Die Leute gehen auf die Straße und sagen, Alter, Goldnerz hat mich verlichtet. Ich hätte auf dich geschossen. Geschossen. Die Leute gehen auf die Straße und sagen, Alter, Goldnerz hat mich verlichtet.